HB3Y3, da ist HB9 alt fest. Musik Polizikalisch Gerät sind die ersten Monate etwas Adagio gespielt worden, ohne Paukenschläge und Fanfaren. Lautstärke und Qualität sind manchmal unvereinbare Gegensätze. Habt ihr quasi das Sinfonieorchester in eine neue Formation in Paris die zweite Partitur oder besser Legislatur gespielt? Die ersten Gigen und die ersten Truppeten schwingen kraftvoll mit. Im Parlament sollen es Vivace tönen, damit meine ich lebhaft und lebendig. Schwungvoll abgehoben hat auch unser neues Kommissionssystem. Auch unser stadtretlicher Kammerorchester in neuer Formation ist in die Legislatur gestartet. Meinen Tönen haben wir keine gehört. Danke, wünschst du etwas Wort? Guten Morgen Markus, ich habe gehört, du hast aufgerufen und ich denke, ich bin mal Antwort.